Der DSCV Assistant für SOLIDWORKS kann nicht nur Solid Steel Parametrik Teile bearbeiten. Auch mit der SOLIDWORKS Schweißbaugruppe ist es gar kein Problem. Wir haben hier eine relativ komplexe Konstruktion, die wurde mit dem integrierten Modul von SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Welpments erzeugt. Das heißt, wir haben hier ein Multibody Teil, wo entsprechend alle Profile als Bodies drin liegen. Auch davon können wir jetzt einfach eine Baugruppe erzeugen und zwar ohne, dass wir das Multibody Teil auseinander nehmen müssen. Das heißt, wir sehen jetzt hier in der Baugruppe, haben wir im Feature Tree immer noch ein Teil mit den entsprechenden Bodies drin. Da lassen wir jetzt auch mal den DSCV Assistant drüber laufen und wir sehen jetzt hier nach kurzer Analyse der Teile, sehen wir jetzt hier in dem Fenster, was aufgegangen ist, die entsprechenden Bodies von der Mehrkörperkonstruktion. Das heißt auch da SOLIDWORKS Welpments, SOLIDWORKS Structure System für den DSCV Assistant überhaupt gar kein Problem. Wenn Sie also sagen, die SOLIDWORKS eigene Lösung reicht mir für die Konstruktion vollkommen aus, SOLID Steel Parametrik wäre für mich viel zu viel, dann ist der DSCV Assistant die perfekte Ergänzung für Ihr bestehendes System. Alle Informationen zum DSCV Assistant finden Sie natürlich auf unserer Internetseite, auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf unseren Social Media Channel.